Moin Moin, lieber Senor, liebe Senorita und lieber Fabrikbesitzer. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Folge der Friday Facts. Heute gucken wir uns den Blogeintrag Nummer 337 der Entwickler an. Dort geht es einmal um das Statistikmenü, das wir als Spieler bewundern können und analysieren können. Und dann gibt es am Ende noch ein kleines, aber feines Sahnestück für die Modder unter uns. Wenn dich das interessiert, bleib dran, nach dem Intro erzähle ich dir natürlich wie immer alles, was du wissen musst. Ja, das gute alte Statistikmenü, einmal für die Elektrizität, für die Produktion, für den Verbrauch und natürlich für die Kills, die wir im Spiel gemacht haben. Oder auch die Kills, die die Gegner gemacht haben, also sprich unsere Verluste, die wir erdulden mussten. Diese Menüs sind schon im Spiel, seitdem ich mich zurückerinnern kann. Es wurde aber natürlich an der Zeit, dass sie grafisch den anderen Menüs angepasst werden. Mir persönlich gefallen die Änderungen, die wir uns gleich anschauen werden, ziemlich gut. Und wenn euch das Video hier gefällt, dann belohnt mich doch mal und klickt mal eben unten auf den Abo-Knopf. Dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von mir am Start sind. Dann lasst uns mal einen Blick auf die neuen Menüs werfen. Und hier können wir das Resultat sehen. Auffällig ist natürlich, dass jetzt auch dieses kontrastreichere Farbschema benutzt wird, mit den verschiedenen helleren und dunkleren Grautönen. Aber es gibt tatsächlich auch noch ein paar kleine, aber feine Änderungen, die vielleicht, wenn man das Menü nicht so studiert hat, gar nicht im ersten Moment auffallen. Einmal zum Beispiel, dass die drei Elektrizitätsbalken, die hier oben sind, also einmal die Satisfaction, einmal die Production und einmal die Accumulator Charge, so rum, in einer Reihe stehen, anstatt in drei Reihen untereinander weg. Nur ein kleiner Unterschied, der, finde ich, dieses Menü aber deutlich aufgeräumter aussehen ist. Dazu erinnern diese Balken hier ein bisschen an die Twitch-Donation-Balkens, die man öfter mal sieht. Hier mit dem grünen und dem dunkleren Text drin, der auch in einer dickeren Stärke gedruckt ist, quasi, damit man die Zahlen einfach ein bisschen besser erkennen kann. Ich finde alles in allem, mein Gott, da werde ich zugespampt mit Notifications, dass das schon ganz gut aussieht. Und es gibt sogar noch ein, zwei kleinere Neuerungen, wenn wir runterscrollen. Ah, hier unten sehen wir es tatsächlich doch. Ja, hier können wir es sehen. Es gibt nämlich jetzt auf der linken und auf der rechten Seite, also einmal bei der Produktion und einmal bei dem Verbrauch, jeweils eine kleine Lupe, auf die wir klicken können, um nach bestimmten Gegenständen zu suchen. Das wird hier, glaube ich, sogar einmal gleich demonstriert. Genau, wenn man auf der linken Seite zum Beispiel Pack eingibt für die ganzen Science-Packs, die es gibt, wird eben nur die sechs Balken angezeigt von allen Produkten, die Pack im Namen haben. Was ganz praktisch ist, man kann eben auf der Produktions- und auf der Verbrauchseite nach eigenen Filtern suchen, sodass nicht automatisch nur Produktion und Verbrauch eines Gegenstandes angezeigt werden, sondern dass man sich angucken kann, was weiß ich, wie viele grüne Forschungspakete stellen wir her und wie viele grüne Schaltkreise zum Beispiel verbrauchen wir dafür beziehungsweise insgesamt. Dann gibt es noch die kleine Neuerung, dass der, es ist sogar mit einem grünen Circle hier markiert, dass der Menüpunkt Kills, der davor über K zu erreichen war, innerhalb der anderen Statistiken ab jetzt zu finden sein wird und einfach seinen eigenen Reiter hier oben bekommt, anstatt dass es ein eigenes, irgendwie abgekoppeltes Menü von allen anderen ist. Finde ich eine sehr sinnvolle und logische Konsequenz. Wobei mich an der Stelle ehrlicherweise interessieren würde, wie oft schaut ihr eigentlich in dieses Statistikmenü rein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, ich habe ganze Playthroughs gemacht, ohne auch nur ein einziges Mal in die Statistik, vor allem die versteckte Kill-Statistik, die ja davor ausgekoppelt war, hineinzugucken. Wie ist denn das bei euch? Guckt ihr da regelmäßig rein und schaut so, wie viel stelle ich her, wie viel verbrauche ich? Oder ist euch das relativ egal und ihr könnt auf dieses Menü genauso gut verzichten? Im aktuellen Spielstand bei mir auf dem Twitch-Kanal, wo ich Factorio spiele, ich blende den Link mal unten ein, als ich da ein oder andere das anschauen möchte, werde ich auf jeden Fall in Zukunft mal ein bisschen mehr auf die Statistiken gucken und mich mit den Menüs vertraut machen. So viel sei schon mal versprochen. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, von Entwicklerseite aus, waren das schon die Friday-Facts Nummer 337. Ich habe ja schon angekündigt, es gibt noch ein kleines Sahnestück für die Modder unter uns. Zu diesem Volk zähle ich mich persönlich aber nicht. Wir können uns das natürlich trotzdem mal angucken, denn jemand aus der Factorio-Community, der gute Just-A-Random-Geek, hat ein kleines Werkzeug geschrieben, das das Leben der Factorio-Modder auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erleichtern dürfte. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Timing könnte nicht besser sein, denn ich habe gerade heute, kurz bevor ich hier diese Friday-Facts für euch vorbereitet, aufgezeichnet und hochgeladen habe, ein anderes Factorio-Video gemacht, wo es um die Debug-Optionen in Factorio geht und wo ich euch vier kleine extra geile Optionen zeige, die sehr, sehr versteckt sind, die nur wenige Factorio-Spieler kennen, aber eigentlich jeder benutzen sollte. Ich verlinke das Video mal da oben, dann könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen, wenn wir hier fertig sind. Denn zu diesem Tool, das der Just-A-Random-Geek geschrieben hat, kann ich nicht wirklich viel sagen, da ich eben nicht wirklich viel vom Factorio-Mods verstehe. Ich kann nur so viel sagen, es ist ein Debugging-Tool und hilft den Mod-Machern dabei, kleine Fehler, die sich einschleichen, schnell und effektiv zu finden und auszumerzen. Denn jeder, der etwas vom Programmieren versteht, weiß natürlich, man muss nur eine Klammer vergessen und schon passt das alles nicht mehr so, wie man das eigentlich haben möchte. Und dieses Programm hilft einem eben dabei, so die kleinen Fehler-Teufel zu finden und auszumerzen. Wer das im Detail wissen möchte, der sei eingeladen, in den Friday-Facts selbst vorbeizuschauen und sich das anzugucken. Ansonsten würde ich sagen, Leute, viel mehr gibt es zu den Factorio-Friday-Facts heute, jedenfalls von meiner und Entwicklerseite aus, nicht zu sagen. Also lasst es uns doch einfach kurz und schmerzlos machen. Ihr habt da oben den Link bekommen zum anderen Video, da könnt ihr mal vorbeischauen, stöbert sonst auf meinem Kanal rum oder wenn ihr euch selbst nach dem Factorio-Zocken ist, wünsche ich euch natürlich viel Spaß dabei. Falls ihr was anderes zocken wollt und auf der Suche nach coolen neuen Games seid, denkt dran, ich habe einen wunderbaren MMO-Oger-Link, den blende ich hier nochmal ein. Wenn ihr Games kaufen wollt auf der Seite, benutzt vielleicht meinen Link, da tut ihr mir was Gutes. Ich bekomme eine kleine Provision und für euch wird es nicht teurer. Und daher würde ich sagen, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche mit neuen Factorio-Videos wieder. Kleiner Zungenbrecher, ich wünsche euch eine schöne Zeit und denkt dran, die Fabrik muss wachsen. Ganz besonderer Dank geht raus an Cyberbone, Nanane und Pixelcrafter. Ihr seid legendär und ihr wisst es. Bis zum nächsten Mal.